das steht nicht Schönen an, da. Das ist der Gebäude, oder? Ja, wahrscheinlich. seht ihr auf dem Mottenbau? dann wird wahrscheinlich da auf diese Förderband oder was da ist, da wird wahrscheinlich da oben auch einer sein kann man arbeiten? ja 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 Fahrstuhl schaffen ja 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 Hier geht die Wege in Trusern aus dem Überfektor mit der Borgung, ne, mit Überkameras, auf Auf jeder Kamera sind du wie drauf hier. Hier alle schöne Pflaster. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR im Auftrag des WDR Das ist doch das Ding, was sie benutzt haben. Vielleicht doch, aber die Hütte hat auch keine Pfeilbär da vorne. Ne die nicht mehr, aber die scheint auch verriegelt und verrabelt zu sein. Schade 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 ok Das war's. Musik 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 Schma Oben auf die Brüstung hier vor diesem Geländer vor diesem Vorbau, da so ja auf die Ecken, auf diese Geländer oben auf Kugeln ja rein sieht sie wie es aussieht rein und rein ja mal gucken ja 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 mit Fahrstuhl mit Essen ja 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 jede Treppe nach oben doch leider hitzen scheiße hier ist die Decke willst du rausflutzen hier? ja na gut ja scheiße ja scheiße ja ja scheiße nicht und und das ist das ist richtig krass hallo so schau, das ist ein paar Wochenende Was ist das? ja scheiße da sind die draußen Treppen dran, die sind draußen ja die einfach um klicken hier die Kamera auch lösen zurück laufen, von hier aus freuen wenn wir mal kreis fahren aber ich hoffe, wo wird es wieder aus? Nicht so viel, als wenn ich wieder im Zelt bin Darum würde der gleiche sein, wa? Na ja, könnt ihr mal ein Auge werfen Ja, sehr schön Verdammte Scheiße Oh, mein Knie Oh, fuck die Oh, fuck die Oh, fuck die Oh, fuck die Oh, mein Knie What is also die hat wieder mal ein alkoholproblem gehabt 1,2,3,4,5 ein flaschensäg hier da liegt noch ein alter ddr Bierpoller da hätten nur zwei flaschen wenn die dachstelle irgendwie hoheraum haben ja oh mein Knie da unterscheiden wir genau an die Treppe das ist aber so gut aus ah da stehen wir dran, dann 70 bis 188, warten wir mal da drüber 73 bis 75 nach Boden was ist los? geht mir mal hoch zum Dachbord auf dem Dachbord das ist ein Dachbord das ist ein Dachbord gestürzt was? das ist ein Dachbord das ist Wahnsinn das ist ein Dachbord 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 Untertitelung des ZDF, 2020 das ist ja glaube ich noch hier an der wehrmacht oder was früher gebaut wohnt und dann oben die größten Tüte nach oben bleiben, das ist auch die Dinger da, da gab es doch kein Holzlein hier drauf, die wurden da draufgelegt geil verschraubt, das wollte ich jetzt aber nicht was holt denn diese Hütte? wahnsinn, irre so 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 so